hallo liebe freunde hier ist der alte mann und heute haben wir ein replay von der magie auf der mappe north also ein richtig schönes bb spiel viel spaß dabei ich spiele ja nur noch selten bbs weil ich bin ja eigentlich so mehr der kreuzer mensch und der dd mensch aber ich habe jetzt meine amagi mal entstaubt aus dem hafen geholt und mir gedacht da fahren wir noch mal eine runde mit der magie wir sind halt hier hier und das sollte eigentlich ein gutes spiel werden möchte mich hier links orientieren um da die linke ecke dazu zu machen aber meine meine beiden kreuzer spielen da leider nicht mit also fahren wir da rechts rum und schauen wir mal wie sich das alles so entwickelt ich habe nur t8 bbs also ich habe auch keinen t9 oder t10 bb das kommt irgendwann aber diese t8 bbs die habe ich schon sehr lange also ich habe die türpitz die noska alleine und die amagi wobei die amagi mir am besten gefällt wegen den guten kanonen die hat halt weniger panzerung aber da wo die hinschießt da wächst normal kein gras mehr wenn man trifft also wir bewegen uns jetzt langsam wieder zurück und schauen mal ob irgendetwas gespottet wird bases einzunehmen gibt es nicht aber wir müssen halt unsere base auch verteidigen zwei flugzeugträger je team im spiel und jetzt tun wir schon die flugzeuge spotten ich habe auf der amagi ein 15 punkte kapitän und ich habe tarnung drauf und also so schnell werde ich nicht gesehen da müssen wirklich flugzeuge kommen oder die ds kommen damit ich da gesehen werde jetzt schießt natürlich alles auf mich mal gucken mal ob wir die colorado treffen können dahinten ich bin da angezündet worden dass das ist mir eigentlich im augenblick egal ein feuer lasse ich brennen bei zwei feiern lösche ich langsam das kommt auf die situation an da ist die north skyline die colorado haben wir natürlich wieder nicht getroffen aber das wird schon wach noch mal hier unterschätze ich auch ein bisschen die geschwindigkeit von der north skyline wie man sieht da hinten geht alles da hinten dran also zwei salven schon wieder verschenkt der gegner hinten der tut auch verteidigen genau wie wir und jetzt im augenblick spielt sich alles so ein bisschen auf die anschlüsse ab immer noch nichts getroffen doch da da haben wir 5000 schaden an den oscar alleine gemacht jetzt nehmen wir uns mal die nagato vor die da so gemütlich breitseite da vorne hin fährt da vorne lang fährt und das ist natürlich tödlich das darf man nicht machen also ihr seht an meinem schiff ich tue das schön anwinkeln weil ich bin detected und wenn da was reinkommt dann schüsse da haben wir unsere erste zitadelle und haben sein ruder weggemacht deaktiviert und der muss halt jetzt reparieren jetzt wird das wetter schlechter das heißt wir sehen keine gegner mehr ich wollte ja eigentlich diesen kreuzer der da der da hinten von unter beiden dds aufs korn genommen wird den wollte ich eigentlich ein bisschen unterstützen aber wir sehen keine gegner mehr das ist natürlich schlecht also jetzt müssen wir mal sehen wo wir helfen können wenn das wetter besser wird wo wir stehen ich denke mal ich drehe mal auf der rechten seite ist ist eigentlich so ziemlich sicher da haben wir ein dd und da haben wir ein kreuzer ganz rechts also wenn da kommt was von der linken seite und dann jetzt drehen wir mal um richten unsere kanonen aus und dann schauen wir weiter was passiert ein haufen flugzeuge kommen macht ihr das sind unsere flugzeuge ja und da kommt in der mitte kommt so ein dd durch da waren ich jetzt unsere leute da und hier mache ich eigentlich im nachhinein gesehen mache ich einen fehler weil ich hätte auf diesen dd auch blind schießen können die position von dem war eigentlich klar wo der ist und ich meine wenn ich eh nichts zu schießen habe und eh nur durch die gegend fahr dann hätte ich auch was schießen können wir sehen auf der minimappe dass im westen kommt der gegner rein und nimmt die ganze flanke ein ich sehe da zwei kreuzer und ein dd das macht mich also echt nervös der dd auf unserer base der versucht jetzt den kreuzer da auf zu nehmen also wir sehen an an den schiffen die wir schon verloren haben das wird also ganz schwer die die haben da alle alle unsere dds schon aus dem spiel genommen und zwei kreuzer und wie soll man sowas noch gewinnen das wetter ist immer noch schlecht wir haben keine sichtweite und unser flugzeug träger der der hat gott sei dank die lage erkannt und rennt jetzt weg und ich versuche jetzt hier am besten die etwas aufzuhalten ich warte darauf dass ich wieder sichtweite habe da kommt ein anderer bb durch die kasse den kann ich nicht sehen wie kann ich nicht beschießen und wir haben auf dem westen drei schiffe vom gegner die auch noch reinkommen und ich sehe keine unterstützung von unserem team was uns was mir hier helfen könnte außer eventuell die flugzeug träger ich bin ziemlich alleine und ich hoffe dass ich irgendwann mal dass das wetter besser wird und ich werde wieder was sehen es ist immer noch schlechtes wetter immer noch keine sichtweite also ich finde das in diesem modus finde ich also ist ja schön dass was wir was mit wetter machen und aber wenn das dann so lange andauert und man nicht schießen kann dann wird es ganz schlimm also aus dem westen dieser dd der orientiert sich jetzt richtung unsere base und da haben wir als verteidigung was ist das das ist ein bb ein bb der von allen kanten und seiten angegriffen wird der krieg ist auch noch torpedos und bomben und der ist weg also jetzt haben wir noch das war kein bb das waren jeder lebt ja noch aber ich glaube nicht dass er noch lange lebt also der hat da viel zu viel druck auf der seite und jetzt sehe ich meine mein flugzeug ich sehe die gar nicht meine flugzeug träger hat da flugzeuge hingeschickt und da kommt ein kreuz ziemlich nah an mich jetzt bin ich gespottet und jetzt sehe ich ihn auch auf sieben kilometer an den nürnberg der hat ist eine bombe abbekommen und der ist tot der weiß es noch nicht aber der ist tot also die amage die hat da kein problem mit ihm er schießt da mit ap auf mich und macht sogar schaden da war aber noch ein anderer kreuzer den suchen wir jetzt unterstütze ich unsere flugzeugträger da indem ich da ein paar flugzeuge abschießen wir haben ein gegner dd auf der offensiv base und da sehe ich jetzt den anderen kreuzer und das ist eine artage die artago hat viele und starke torpedos also was der da bereits hatte macht gerade das kann ich mir lieber vorstellen aber da drehen wir am besten mal ab wir konnten dir meine zitadelle geben und da sind auch schon die torpedos dem wir jetzt ausweichen müssen und das ist ein vorteil von der magie die ist eigentlich sehr wendig sollte man gar nicht glauben also die torpedos ausweichen laden kanonen laden und der muss sterben die artago dreht jetzt ab aber die dreht nur ab um die torpedos auf der anderen seite in position zu bringen also dass das ist noch nicht zu ende da kommt noch mehr von ihnen jetzt ist er wieder verschwunden obwohl ein immer noch schlechtes wetter ein spotting flugzeug oder vom von uns über ihm und ich sehe ihn nicht auf acht kilometer also jetzt könnte langsam mal wieder besseres wetter kommen dass wir hier was sehen ja ein kreuzer von uns der ist am kappen und das hilft uns weil solange solange wir gekappt werden oder solange der gegner gekappt wird bekommt er keine punkte ich glaube nicht dass der da hinten zu ende kappen kann aber das ist eine hilfe bei uns ist jetzt nur noch unsere zwei träger da ist er wieder die artago torpedos sind schon im wasser der ist angewinkelt und ich habe probleme ich muss sehen so jetzt sagt er mir schön die breitseite und jetzt ist er tot das weiß er noch nicht aber er ist tot ich habe bei dieser ganzen aktion kaum schaben bekommen ja ich habe jetzt mein zweites meines zweiten kreuz das zerstört und ich renne jetzt zu unserer base weil da stehen schiffe drauf auf der base das wetter ist immer noch schlecht da kommen jetzt noch mehr torpedos von der artago den können wir ausweichen und da ist eine cleveland meine kanonen sind geladen turm in position und cleveland ich sag mal die ist tot wir sind immer noch weit hinten mit schiffen der wir haben noch einen anderen kreuzer und noch einen anderen bb ich hatte gerade hoffnung dass wir noch jemanden haben der mir helfen könnte einzige was mir noch helfen kann sind diese beiden flugzeugträger von uns ist eine colorado ich bin schön angewinkelt die quad colorado auch die zeigt mir schön ihre spitze die passt nicht auf die kanonen von der colorado auf der falschen seite und das nutzen wir natürlich voll aus ich hätte gerne ein zieler wäre gehabt aber ich habe dem eine kanone weggenommen und das ist ja auch was wert das rieb der zeigt das nicht richtig an mit den also ich habe den schon selektiert für meine sekundär ist die jetzt da wild auf ihn schießen da hinten ist noch eine los keine leine also dass ich weiß gar nicht über das gewinnen sollen unser kreuzer ist tot jetzt haben wir die titanelle bekommen an der colorado und der macht eigentlich kaum schaden bei mir schießt der hd da sehe ich jetzt die muzuki und jetzt lasse ich die colorado da links liegen also die interessiert mich jetzt im augenblick nicht ich bin da gut angewinkelt an die und die muzuki das ist eigentlich mein mein größtes problem die muzuki auf drei kilometer es hatte schönen schaden genommen ich habe die besuche jetzt sektiert wir haben high kaliber bekommen und da kommen die torpedos von der muzuki also denen kann ich nicht alle ausweichen das ist zu eng und jetzt nehme ich drei torpedos von der aber ich lebe ja ich sprach da auf meine kanonen aber meine sekundär ist die wir haben die jetzt getötet und der flugsort träger der hat die colorado ausgebombt und da kommt vorne eine nagato bin ja schon froh dass da von vorne nicht die noska liner kommt aber lebt überhaupt noch ja die lebt ich hatte hae geladen für den dd und ich mache jetzt meine kanonen leer und mache deshalb nur wenig schade der trifft mich gut ich bin fast tot ja die noska liner die geht es auf der anderen seite rüber kommt hier rüber und also das wird schwer ich hoffe jetzt dass ich die nagato da versinken kann ja natürlich nicht mehr im turm wieder ein turm rausgenommen anstatt der zitadelle und ich habe angehalten mit dem schiff warte darauf dass meine kanonen laden und ich möchte mir eigentlich meinen krachten holen ich will das fünfte schiff versenken ja was passiert zu weit vorgehalten 9000 schaden gemacht aber es hat nicht ausgereicht und die nagato zu versenken ich versuche jetzt da hinten diese leichte kasse rein zu fahren und jetzt kommt zu allem überfluss kommen auch noch bomber und ich kann nicht ausweichen ich bin hier zwischen den inseln da und torpedobomber da sind torpede schon wasser und jetzt bin ich nicht tot also den habe ich noch überlebt ein torpede hat mich getroffen das kommen da oben die torpede bombe und aus die maus jetzt haben wir den oscar alleine und ein flugzeug also mit punkten liegen wir leicht vorne und das könnten wir eigentlich aber wenn die flugzeugträger gut sind dann könnte man das gewinnen die müssen halt die noscar alleine aus ausnehmen ich bin tot ich habe gemacht was ich konnte jetzt hängt alles von den flugzeugträgern ab na die haben die noscar alleine schon ausgenommen das ist ja nur noch die nagato und die nagato ist fast tot also die sollen da jetzt mal bomber hinschicken und die nagato weg machen und dann können wir das gewinnen punkte sind wir fast gleich die haben jetzt einen kleinen vorteil weil die am kappen sind ja und die schicken auch ihre bombe rüber ja das funktioniert schon dass die den der flugzeugträger rukelt etwas das kommt vom replay das habe ich im spiel nicht und wie das spiel ist nur eine minute vorbei also da bleibt nicht mehr viel zeit aber wenn wir die nagato versenken dann haben wir einen riesen punkte vorteil was macht der andere flugzeugträger da hinten steht ja sicher nicht dass der da hinten versenkt wird na ja 40 sekunden noch also auf geht's versenkt die nagato die hat nur noch 415 und 415 punkte ja die nagato ist weg wir führen in punkten 22 sekunden und da fliegen torpedobomber in der nähe von von diesem von der independence hier aber vorbei gewonnen das hätte ich nicht gedacht dass wir das noch gewinnen muss auch mal glück haben beim spielen also das war das war ein schönes ergebnis war 157 k schaden gemacht ja vier zitadellen gemacht vier schiffe versenkt top auf der liste gute erfahrungspunkte 15 flugzeuge abgeschossen also ich fand das spiel fand das das war ein gutes spiel ich freue mich dass das zugeschaut hat und hoffe dass ihr beim nächsten video auch wieder dabei seid alles gute der alte mann jetzt Cortumbbau auch gross Mulliger gemelatt